Hi, nach einiger Zeit mal wieder ein Video von mir mit einem Begleitartikel. Natürlich ist es halt so, dass ich schon sehr lange kein Video mehr gemacht habe. Ich glaube, meinen Kanal habe ich auch irgendwann mal gelöscht mit den Videos. Genau, weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich mein Video machen, um was Interessantes zu zeigen bezüglich Hosting und kostengünstiger Speicher. Und zwar bin ich gerade dabei, wie man hier sehen kann, mein NAS-Backup zu übertragen von meinem aktuellen S3-Storage bei Wasabi. Das ist ein amerikanischer S3-Storage-Anbieter, welcher auch einen Amsterdam-Server hat. Und die sind mir langsam ein bisschen zu teuer geworden, weil ich da natürlich nach Gigabyte bezahle. Beziehungsweise genau pro Gigabyte, pro Terabyte Volumen anteilig und nicht pauschal. Und da bin ich dann mittlerweile, habe ich mir das ein bisschen ausgerechnet und Anbieter verglichen und bin da jetzt bei Hetzner gelandet. Die haben nämlich hier diese Storage-Boxen drin. Da habe ich jetzt eine bestellt für mich. Der Name ist jetzt irgendwie nicht richtig, also der wurde nicht gespeichert. Das heißt eigentlich NAS. Und diese Storage-Box hier, da befülle ich jetzt gerade über Airclone habe ich vorher verwendet mit Borg-Backup. Gibt es vielleicht noch einen Artikel dazu. Gerade entsprechend den Storage. Und mir fehlt da so ein bisschen eine Produkt- oder eine Dienstleistung hier in der Storage-Box, die ich eigentlich sehr gerne genutzt hätte. Und zwar wäre das nämlich S3-Storage wieder, also der S3-Protokoll. Und man hat jetzt zwar die Möglichkeit, FTP und SFTP und so weiter anzubinden, aber halt kein S3. Und S3 ist ein bisschen flexibler, wenn man jetzt andere Dienstleister anbinden möchte und Anwendungen, die ihre Daten darin speichert. Was auch irgendwie cloud-nativ funktioniert. Dafür ist ja S3 entwickelt worden, damals von Amazon. Und da möchte ich jetzt einmal vorstellen, wie ihr nämlich diese Funktionalität bei Hetzner nachrüsten könnt. Ja klar, ist kein eigenes Produkt, sage ich mal in dem Sinne, sondern ist ein externe Software, die heißt Min.io. Die habe ich gefunden. Was heißt, die habe ich gefunden? Darauf bin ich gestoßen, als ich gesucht habe nach S3-Storage-Providern oder Storage-Object-Storage-Servern. Und Min.io war so der einfachste, der zu installieren ist. Und das wollte ich jetzt hier auch einmal mal zeigen. Zum einen brauchen wir hier so eine Storage-Box. Da meine erste sowieso voll ist, bestelle ich gleich mal eine zweite. Ähm, wir haben ja gleich mal hier Erwartungsarbeiten um 11. Ähm, die bestelle ich jetzt einfach stumpf mal. Ähm. Wird gleich erstellt, dauert einen Moment. Und jetzt brauchen wir aber noch etwas von Hetzner. Und zwar einen Cloud-Server von Hetzner, um entsprechend auf diese Storage-Box hier hinzugreifen und in deren Cloud-Netzwerk, äh, dann halt auch das S3 bereitzustellen. Ähm, das machen wir einfach. Ich habe hier mein Lab-Netzwerk aufgerufen von denen und werde mir jetzt, also, ähm, man kann das mit Firewall machen. Ähm, sollte man auch, dass man das entsprechend mit Firewall absichert. Ich werde mir jetzt aber mal erstmal per S3 hinzufügen, dass ich da gleich draufkomme. So, dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal den Server einstellen, den wir brauchen. Also, je nachdem wie man das haben möchte, muss man natürlich irgendwie gucken, dass die in demselben Rechenzentrum sind. Deswegen gucke ich jetzt mal in den Storage-Boxen, ob die mittlerweile schon angelegt ist. Das ist der Fall. Heute angelegt ist diese Storage-Box, ähm, und externe Erreichbarkeit ist aktuell aktiv. Ja, und die ist in FSN1, also Rechenzentrum in Frankenthal müsste das sein. Falkenstein, meine ich. Genau. Also nehmen wir den kürzesten Weg in der Route, machen das nämlich in Falkenstein. Und dann stellen wir hier in dem Storage-Box nämlich ein, dass er hier keine externe Erreichbarkeit macht, sondern nur erreichbar aus dem Hetzler-Netzwerk und sagen wir hier, sagen wir mal Support aktivieren. Damit wir darauf zugreifen können. Wunderbar. Damit ist das aktiviert und wir mappen uns dann gleich mal in der VM, die wir erstellen werden, ähm, den, ähm, das Volume rein. Und das natürlich zu beachten einmal, dass wir hier natürlich wieder Geld ausgeben, ist klar, ähm, für die VM jetzt, ähm, den S3 Storage bereitzustellen. Und das, ähm, macht jetzt tatsächlich, ähm, weniger Sinn bei so einem Gigabyte-Ding. Aber wenn man jetzt 5 Gigabyte für 11 Euro hat, dann, und das Feature unbedingt braucht, dann kann man, glaube ich, ruhig mal die 4,15 Dollar vertreten, die man da ausgeben kann, dann, Minimum, also für die VM, und, ähm, man muss sich natürlich auf die 20 Terabyte Übertragungsvolumen begrenzen. Aber das sollte eigentlich für die eigenen Heimgebraucher ausreichen. Und wenn man mehr möchte, kann man natürlich mehr Performance geben und nehmen, um dann halt das entsprechend bereitzustellen. Also wir gehen hier mit CentOS 8 voran und sagen wir hier Netzwerk nicht erstellen. Zusätzlich, ähm, wir können dann nämlich hier dann sagen, können Sie, äh, außerhalb des Hetzner-Netzwerks und über die Adresse kommen wir trotzdem gleich auch trotzdem, ähm, an die Storage-Box dran. Obwohl wir kein privates Netzwerk damit gekoppelt haben, werde ich gleich zeigen. Äh, zusätzliche Features, User-Data, äh, Cloud-Init machen wir nicht, Backups auch nicht, Yubi-Key wähle ich hinzu und es kann nochmal ganz so bleiben. Erstmal einen für den Preis erstellen wir mal. Und da wird jetzt erstellt und da können wir gleich drauf zugreifen, wenn er dann gestartet ist. Wunderbar. Er ist online und da können wir dann gleich per SSH rein. So, machen wir mal ein neues Terminal. Ähm. 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 Neues Fenster. So. Erstmal müssen wir natürlich auf die VM drauf. Das machen wir ganz einfach über die IP-Adresse. Für uns. Kopieren. Und gehen dann über den Rout-Account rein. Das ist halt der Standard-Account, der theoretisch freigeschaltet sein sollte. Ähm. Ja. So, jetzt sind wir auf dem Server drauf. Und können dann erstmal alles einrichten, was wir brauchen. Zum einen brauchen wir natürlich, äh, Samba. Dazu, ähm, oder ich update jetzt mal das System. Sollte er nicht abaktualisiert sein. Dann, äh, installieren wir eben Nano. Weil ich den immer installiere. Zum Editieren, zum Schnellen. Ähm. Und wir installieren, äh, SIFs Utils. Damit wir das auch entsprechend einbinden können. Mit DS beantworten. Und um alle Aktualisierung zu installieren, äh, beziehungsweise zu aktivieren, machen wir auch nochmal ein Reboot hinterher. So. Dann brauchen wir gleich auch noch die Seite von Min.io. Ähm. Der ist Min.io, Download Linux, AMD 64 und hier gibt es dann RPM. Und das fügen wir dann hier ein. Und, ähm, der startet jetzt neu. Dauert nur ein paar Minuten oder Sekunden, dann ist es auch wieder online. Können wir uns hier auch eben anschauen auf der Konsole. Wann der online ist. Ja, der ist ja schon. Online. Genau. Man kann ja auch innerhalb von Hetzner, also selbst Volumes anlegen auf SSD-Speicher. Aber der ist natürlich weitaus teurer als der Storage-Box-Speicher. Und, äh, ich benutze es ja hervorragend recht zum Archivieren und zum, ähm, als genereller S3-Speicher, um hin und wieder halt entsprechend Datenbereich zu stellen. Ähm, Hetzner bietet auch das, äh, Storage-Storage-Share an. Aber das bietet in dem Fall auch keinen S3-Speicher. Ähm, obwohl es per Web-UI ermöglicht, dann, äh, Dateien zu sharen und zu teilen. Ähm, aber das können wir in Min.io gleich auch noch machen. So, ähm, als erstes, äh, machen wir mal ein Mount-Point unter MNT, um dort den Ordner bereitzustellen. Das benenne ich dann einfach nach dem, äh, User der Storage-Box. Ähm, einfach, äh, der einfach, einfach der Einfachkeit halber, ja, genau. Ähm, Einfachheit. So, äh, mkdir, nach dem Username, das ist dann die Storage-Box. Ähm, so, und dann installieren wir Min.io, wie ich gerade schon gezeigt habe, brauchen wir den, ähm, äh, Count, weiß ich schon. Äh, ich wollte es erst mal Mounten, genau. So, ähm, wir machen nochmal FS-Tab auf, FS-Tab, und sagen hier, wir möchten bitte das Mounten. Das ist dann unter, ähm, den Username, Punkt, yourStorage-Box, Punkt, storage-Box, Punkt, e, und, ähm, das müsste ja genau, und Slash-Backup, hier. Okay. So, äh, Storage-Box ist hier definiert, dann machen wir mit root, und dann sagen wir mit mnt, und dann wieder den Username, ähm, sifs ist das Datei-System, machen wir defaults, dann auto, und uid gleich null Mapping, und git gleich null Mapping, also für root. Und, und, sagen wir user gleich den User, und ich bin jetzt mal ganz stumpf, äh, weil die Storage-Box, das Passwort wird, wieder zurückgesetzt, ähm, Machen wir mal ein neues Passwort, hier erstellen. Und da war jetzt das Passwort, das kopieren wir uns jetzt, fügen das hier ein, machen wir das, und, und, ja, wunderbar, da ist jetzt die Storage-Box, ist jetzt gemounted, so, und jetzt können wir Min-Io installieren, und dazu gehe ich jetzt an die Min-Io-Docs, RPM haben wir hier, kopieren wir dann den, ich will nicht gerne das probieren, ähm, da das Release raus, zum Installieren, äh, installieren dann ein RPM-Package. Schon ist der Min-Io-Server installiert, und, jetzt geht's darum, den, man kann, wir können den jetzt so direkt starten, über dieses Kommando hier, und Zugriff darauf erhalten, auch auf die Dateien, aber ich, äh, möchte den hier auch so konfigurieren, dass ich, ähm, entsprechend, äh, die Username und Passwort und so weiter persistent habe, und das über den Dienst starten kann. Da gucken wir dann mal rein, was er denn von uns erwartet, weil es per CK erstmal keine Config-File gibt, so, da ist die File, Working-Directies-User-Local, Min-I-User gibt es, und Environment-File ist etc. default.min.io, und, der erwartet von uns Min-Io-Options und Min-Io-Volumes, und, das werden wir dann auch, äh, einrichten, dann werden wir mal gucken, wem der User gehört, ähm, gibt's den denn schon? Also, stellen wir den User, Min-I-User, Add-Group, die Gruppe müsste ja schon existieren, dann. Ja. So, und jetzt, ähm, id1000, id1000, okay. Dann gehen wir eben in den DFS-Tab rein, und, äh, ändern unsere Permissions, für den Account, dass er lokal unter dem, äh, das Dienst-Account von Min-Io, äh, benutzbar ist, dann, mounten wir das neu, und dann ist ja der Ordner jetzt unter Min-Io-User definiert, so wie der Service auch, und wir können in die Default Min-Io-File gehen, und die Settings erst mal setzen. Diese sind dann wie folgt, ähm, da müssen wir jetzt nichts umstellen, eigentlich, die können Default bleiben, ähm, sagen wir aber dann, ähm, root-passwort, gleich, admin, und Min-Io, äh, root-passwort, äh, so, root, ähm, genau, user gleich admin, Passwort, äh, testweise auch admin, oder Passwort, ähm, das kann man natürlich so ändern, wie man möchte, wie man es braucht, und Volume machen wir dann unter mnt, dann, äh, den, den Usernamen nochmal, brauchen wir nochmal, wunderbare Min-Io-Options, ähm, brauchen wir eigentlich keine, Console-Listening und Dynamic-Port, achso, okay, dann muss ich den noch festmachen, also doch, Console-Address, Port 9001, ähm, restart, und jetzt hat er einen festen Port, ähm, also Port 9000 ist dann immer der S3-Storage-Port, und hier haben wir dann den, äh, 9000er-Port für die Console, ähm, 9001, so, ähm, natürlich ohne SSL, da muss man sich dann natürlich nur darum kümmern, ich würde in dem Fall dann ganz einfach ein, äh, Let's Encrypt-Zertifikat nehmen, und das auch so mit hinterlegen, da gibt's dann, ähm, Umgebungsvariablen für, die man hinterlegen kann, wunderbar, ich kann darauf zugreifen, und, ähm, müsste mich jetzt mit Admin und, äh, Password da einloggen können, wunderbar, und, ich habe jetzt noch keine Buckets, ich kann ja Identity-Gruppen anlegen, Access, Monitoring und so weiter, äh, Health, Performance, alles, was man entsprechend mit S3-Storage und Min-Io machen kann, ähm, und hier kann ich jetzt ein Bucket erstellen, beispielsweise Test, Bucket, und hier Versioning und so weiter, ähm, gibt's nur einen Distributed-Mode, das ist ein Single-Node-Mode, ähm, aber, äh, so Versioning und so weiter, das kann man ja durchaus in, oder Snapshots in, äh, Hetzner bereitstellen, da gibt's dann automatische Snapshots, ähm, wie gesagt, das geht hier rein um den Zugriff via S3-Protokoll auf meine Storage-Box bei Hetzner, nicht unbedingt um den vollen Zugriff auf, ähm, die S3-Funktionen an sich, sondern basis, basistechnisch nur um den, ähm, Zugriff auf S3-API. Äh, natürlich, wie immer, Buckets werden klein benannt, keine Großbuchstaben, und da ist der Bucket, der ist jetzt leer, da kann ich jetzt eine Datei hochladen zum Test, da haben wir mal ein Bild, wunderbar, die Datei ist hier, ls, äh, mnt, mnt, hier, da ist das Test-Pocket, Test-Pocket, und da ist die Datei, und um sicherzustellen, beziehungsweise um wirklich, äh, zu sagen, dass die Datei dort auch drauf ist, können wir ja mal eben, ähm, auf die Storage-Box zugreifen, ähm, von außen kommen wir da nicht ran, ähm, kann auch den externen Zugriff mal aktivieren, dann machen wir es über WebDAV, SMB will gerade auf dem Mac nicht, wahrscheinlich irgendwelche blöden Policies, na wunderbar, da ist es doch, Test-Pocket, und da ist die Datei, also die Datei ist da, und ich kann jetzt die, ähm, den, Storage-Box, äh, mit S3 verwalten, und User anlegen, Exus-Keys, API-Keys, und so weiter, und so fort, ähm, wenn man hier natürlich zusätzlich noch die, die Rechte haben möchte, um, äh, in so einem Bucket-Versioning, und so weiter, zu machen, muss man natürlich, dann, ähm, ein Distributed Setup machen, mit, äh, Min.io, das ist aber dann auch eher was für größere Setups, ähm, man kann ja auch das, äh, versionieren, und so weiter, im Hintergrund, äh, bereitstellen, über, wie gesagt, über das, äh, über die Schnapshots, innerhalb von, ähm, Hetzner. Okay, ähm, das war's jetzt erstmal, ich, ich werde das dann nochmal runterschreiben, in einem Artikel, da kann man alles nochmal nachlesen, und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020